hallo und willkommen zurück auf dem kanal euer wiki ist wieder für euch am start und wir sind in männerlords und ich dachte mir ich nehme gleich noch eine zweite folge auf wer läuft gerade so gut in der letzten haben wir ja unsere kirche gebaut ja bin ich mal gespannt was da dann rauskommt wir haben ohne ende bögen ich kann davon nichts verkaufen nee ach doch handelsroute einrichten dann würde ich sagen export alles über 50 wir haben ja das geld ah dann können wir jetzt ja richtig geld scheffeln 22 schilde helme wäre halt gut zum einkaufen lang waffen kosten 160 meine güte aber warum auch nicht für schule gibt es auch eine handelsroute okay nicht schlecht aber wir brauchen drei stufe drei häuser so habe ich zwei die holz denn zufrieden sind scheint nicht so doch da ich brauche ziegel misst jetzt muss doch jemand einstellen wo ich denn den hingepackt also wir haben für acht monate brennholz da ist nirgends mehr jemand drin hätte nicht auch zum leben abbauen geschickt an die beim first habe ich den rein gepackt stimmt wie wir die idee daraus da rein und wenn alles gut läuft werdet ihr drei bald unsere drei stufe drei häuser und dann kriegen wir noch mal einen punkt muss der typ so ein krach machen also wie ist das jetzt eigentlich nochmal wir haben zurzeit 49 speere 15 stangen waffen noch übrig okay sehr gut jetzt wäre die frage was meint ihr sollen wir noch mal in anführungszeichen fußvolk machen also stufe 1 bauernhäuser und ich würde ja eigentlich schon gern ist nicht so mal die hier auch noch mal zu gemüse gärten machen die 3 wäre ich doch noch nie die oder kommen gemüse gemüse und gewüse wir brauchen auf jeden fall also wir brauchen auf jeden fall mindestens noch mal eine person im lager und im bauernhof auch mehr auch wieder leute weil ich denn die überall hingesteckt wisst ihr das noch wenn ja schreibt es gerne in die kommentare ich glaube tatsächlich also wir brauchen echt melzerei sollte man auch mal ein bisschen mehr gas geben gemeinschaftsofen die gerberei braucht keinen eigenen stand so ihr baut jetzt die kirche mal voll fertig so kommt schon ich brauche ziegel also ich glaube wenn man jetzt sagen würde hier noch mal weg entlang der sich hier dazu verbindet und man macht das ganze noch so zu und so und so und so und dann sagt man häuser ne das sind zu große häuser ich habe eine idee oder macht man in der mitte noch mal einen weg rein so ungefähr und dann kann man das schön spielten macht man den hier den da so so und dann sind die zu kurz und dann regt man sich auf ein käse hochziehen ne also sachen dabei hätte ich schon ganz gern ne 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 es ist immer auf der seite das gleiche machen die sind auch alle zu kurz ne nur das eine ja dann anders so und dann baut man nämlich hier jetzt die häuser rein genau so so und jetzt sind die nämlich glücklich und ich habe immer noch erst zwei dachziegel ein mister war auch okay da kommen auch noch mal gemüse und ich habe schon wieder vergessen aber ich sage es einfach noch mal glaube ich wie immer vielen lieben dank an euch alle für alle likes alle kommentare vielen lieben dank dafür dankeschön könnten wir oh ja moment mal die könnten wir ja auch noch oder war noch das ist ein einzel ach ich baue die gerade aus stufe 2 aus nein 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 ach ich wollte auch nur ein zusatzhaus reinbauen ja so ein mist ja dumm gelaufen warum haben wir haben 100 bretter 100 den mal kurz daraus was ist was nicht richtig bei euch helft doch mal beim bauen und so also ich glaube es wäre auch eine idee wir holen noch mal ach so ja holen noch einen ochsen okay wir brauchen definitiv jetzt einen metzger okay dann ist es vielleicht doch nicht so schlecht 1 ab ausbauen okay dann ist es vielleicht doch nicht ganz so schlecht aber was haltet ihr davon wenn wir in die meisten sachen so sowas rein machen würden wie hühner oder ziegenstelle einfach fürs fleisch oder für die heute glaubt das wäre gar nicht mal so blöd sonst muss ich hier schnell bauen macht mein haus fertig okay ach so aber mhm ja was bist denn du Lagerarbeiter das wollte ich eigentlich wohnraum erweitern okay ihr werdet jetzt zum Metzger obwohl da wäre es schon sinnvoller eigentlich das ja fast direkt nebendran ne wir nehmen mal kurz die steuern wieder zurück okay wir sind wir bauen grad zu viel tatsächlich aber wir brauchen uns auf schnellste art und weise doch das wird jetzt der Metzger weil nicht dass die mehr abbauen wie viel haben wir denn von was war's das wäre auch noch wichtig okay 30 wir haben 41 Lämmer da kommt da könnte echt gut Geld reinkommen okay ich würde tatsächlich sogar sagen äh 35 ab da wird alles exportiert und ja du wirst jetzt mein Metzger kommen los baut baut es geht mir so softkeks wir müssen jetzt erstmal alles irgendwo fertig gebaut kriegen das wäre jetzt wirklich wichtig deswegen so viele Familien wie möglich wo wir jetzt kriegen können die müssen jetzt erstmal bauen so da kommt was zusammen das ist gut und es geht aus Brennholz wieder aus das ist nicht so gut wir haben 5 okay dann hier gleich das nächste ich muss das jetzt machen weil bevor wieder hier irgendwo was doof ist okay mehr Ochsen ist immer gut also das muss man schon sagen kann man im Lagerhaus eigentlich einen Ochsen ne okay einen Ochsen kann ich dann nicht hinzufügen schade eigentlich Leben haben wir auf jeden Fall genug erstmal wie ist es hier wir haben noch neun Mehl neun Mehl sie mich auch grad fragt okay Ah da sind 100 Bier drin ja dann dann ist das ja alles vollkommen fein so wir brauchen wir wollen Fleisch äh Reserve an Lämmern ähm 30 20 ja das ist okay nein du brauchst keinen eigenen Stand sehr gut Gucken wir mal wieder unsere Banditen sind da immer noch Erklärung ist die Zeit gekommen behandeln ich benötige Silber für meine Unternehmung wenn es klappen wird wäre witzig wenn ich die wäre kommt dann an viel Geld ran also muss man es ja auch wieder sehen also ne stimmt hier könnte ich gucken 41 Lämmer 25 Schafe so das heißt jetzt kommt der Metzger und holt die Schafe gut könnten wir wir haben 64 Bretter im Haus wie wäre die Idee wenn wir nicht 100 Brennholzstände machen würden 1 2 kann man das irgendwie eindämmen ich sehe es halt irgendwie nicht so ganz nicht so ganz ein ne also wir haben wir haben wie viel 1 2 3 4 5 6 Brennholzstände für was und dafür hakt es hier also ach so will ich die Häuser grad machen ne logisch dürfen es nicht erfüllt ah die brauchen Essen schön schön also ich sehe dass es genug gibt nur weil ihr es nicht seht heißt es nicht dass es nicht so ist wir haben grad erstmal wieder genug würde ich mal behaupte du da raus ja viel zu viel holz ist ab normal so wie sieht das jetzt eigentlich aus ja wir könnten ein bisschen Weizen zusammen kriegen das ist okay ja doch da kommt man vorwärts ich habe eigentlich gehofft dass diese Kirche heute mal fertig wird ne also und ich hatte noch keine Schuf 3 Häuser das hätte ich eigentlich auch ganz gern mal gesehen hier fehlt es an den Ziegeln ich dachte immer die Lagerarbeiter bringen das Zeug dahin oder habe ich irgendwo nen Gedankenfehler in diesem Spiel grad aber wir brauchen dann wieder Brennholz uuuh jetzt wird es so langsam knapp ok ok wies ok wo kann ich hier und abzwacken so genau die zwei Holzfäller brauche ich auch grad keinen du bist die Nummer 3 geht los schöne Holz hacken nicht ich habe das vergessen ihr habt das vergessen so da geht doch was jetzt haben wir auch haben wir schon Würste ne ok schade ja das erste Stufe 3 Haus ist gleich fertig voll gut und 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 ist sehr schön ich würde den tatsächlich auch wieder ähm den Hühnerstall geben ne aber was meint ihr Hühnerstall oder nicht so ihr hackt euch jetzt einen ab oder ja seht ihr da da hier da kommt Holz zusammen sehr schön ja Geld haben wir auch sehr schön wäre ja schon fast die Überlegung wert vielleicht auch mal ein bisschen äh Essen einzukaufen da bin ich mir aber noch nicht sicher was meint ihr Essen kaufen oder nicht also ich würde hier tatsächlich zumindest mach ich ihr wieder den Hühnerstall rein machen und ja dann schreibt ihr einfach in die Kommentare was ihr meint ob ja oder nein dann bauen wir auch gleich aus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wenn es euch gefallen hat lasst doch gerne einen Daumen nach oben da abonniert den Kanal und liked das Video und schreibt gerne einen Kommentar und wenn es nur für den Algorithmus ist bis zum nächsten mal vielen lieben Dank an euch weil wiki sagt tschüssikowski